Okay, hier kommt dann auch noch irgendwas rein. Ich habe das Messer ausgefahren. Jetzt gibt es Krieg. Kann ich das jetzt ausschneiden, oder? Wie ist das? Ich glaube, du brauchst einen Schloss... Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ach, du Gemeiner. Ich glaube, ich brauche einen Klempner. Das ist alles verstopft. Ich denke aber, dass das da reingehört. Oh. Ähm, nee. Achso, ich muss das also... Kann ich das durch... Weiter... Nochmal draufdrücken. Wieder drehen. Wieder drehen. Ach, trüge. Oh, nee. Danke. Boah. Silberne Traubenkurve. Was hatten die denn da alles? Schick. Schick, schick. Ich glaube, der hatte einen Vogel. Äh, wie war die Kurbel? War viereckig, ne? Ja, dann kommt die da auch rein. Ich glaube, da ist was hochgefahren. Ich will da oben hinkommen. Danke. Ich glaube, ich weiß, wo der hingehört. Boah, nee. Hier oben waren noch alle, ne? Das war doch auf der Etage. Ein sechseckiger Block. Hat auf jeden Fall einen Schlüssel drin, ne? Ah. Cool. Ach, der Höhneleiner. Das ist der Turmbau von Babel hier. Sechseckiges Gewicht. Okay. Okay. Ich gucke jetzt gerade erst mal, ob es hier noch irgendwo hingehört. Bevor ich mir denke, dass es da hinten irgendwo hingehört. Ich würde fast davon ausgehen, dass ich das jetzt hier brauche, oder nicht? Irgendwo. Ja. Siehe mal da. Guckst du da, guckst du da. In Beichtstuhl möchte ich jetzt gerade nicht. Oh. Okay. Kann doch eigentlich nur da irgendwie hingehören, oder? Das sieht very interesting aus. Kann man da nirgendswo näher dran? Was gern ist, wenn ich da weggehe, dann bin ich da wieder raus. Aber ich werde da rein müssen, ne? Oder muss ich nur den Schlüssel nehmen? Hier ist auch nirgends. Hier ist nur... Ja, was sagt der denn? Also doch, doch nur den Schlüssel. Gut. Habt ihr da so einen komischen Schlüssel? Ich hab da immer noch was, was ich... Den will ich mir mal angucken. Ja. Ja, das ist ein passender Schlüssel. Schnuss-Papa-Harty. Okay. Kann ich mit dem Schlüssel jetzt irgendwas machen? Ich guck jetzt erst mal hier. Ah. Okay. Siehe da. Da oben ist er hin. Müssen wir den jetzt so einstellen, oder? Ich probier's jetzt einfach mal. Kann sein nicht aus. Probier's jetzt noch mal. Ne. Du hast es einfach nur daneben. Schade. Aber der sagt, Guck nur da. Ich seh da ja auch was. Das ist ja auch nicht. Aber wie komm ich da hin? Oh. Ich hab hier doch jetzt gerade nix, was ich bewegen kann, oder? Irgendwas, was hier noch Aufschluss geben kann? Ne, ne? Okay. Okay. Was hast du da? Metallornament an der rechten Seite des Belangerungs- Turms ist offenbar eine Zielvorrichtung. Das ist eine Zielvorrichtung. Okay. Das ist eine Zielvorrichtung. Und da muss ich jetzt immer wechseln. Kann ich den nicht gleichzeitig? Schade. Ich glaub, da zieht's ja wieder falsch mal. Okay. Ganz sensibel. Nicht zu weit. Ganz sensibel. So. Könnte das hinkommen. Das könnte ja schon fast passen, ne? Und? Leute. Feuer frei! Oh. Treffer. Ach, du grünen Neuner. Aha, okay. Das sieht interessant aus. Eine weitere von Neonardos Erfindung. Sie erlaubt ihm, echte Bilder auf eine Leinwand zu projizieren. Okay, dann gehen wir mal ins Kino. So. Das sieht, äh, sehr geil aus. Aber da brauchen wir Mechanismus wieder hinter, ne? Ah, warte. Die bewegen sich gerade, ne? Wie weit müssen die denn? Okay. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Komm, reitet voran, den Gegnern entgegen. Das könnte ungefähr hinkommen. Achso. Damit ziehst du alle wieder zurück? Okay. Der müsste aber Achso. Okay. Bis nach Da ist das Ohr. Wenn ich den jetzt bewege, zieht er den wieder zu. Ah, okay. Warte. Ach, dann ziehen die zusammen. Okay. Ah. I understand. Kamera Obscura. Ja, ziemlich Obscura. Ah, ne, andere Seite. So, zieht euch mal noch ein bisschen zusammen. Das könnte ja schon fast passen, wenn ich jetzt was. Schön, 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 schön. Ah, ich finde das Spiel richtig cool. Das ist mal was ganz anderes. So, haben wir mal wieder eine Schriftrolle. Wenn du diesen Brief liest, bist du blöd. Ah, nee, haben die Umstände es nicht erlaubt, dass ich zur Werkstatt zurückkehre und dass ich meine Befürchtungen bestätigt haben. Nicht nur meine letzte Arbeit, sondern auch das ganze Wissen, das im Laufe meines Lebens erworben habe, erworben habe, ist in Gefahr. Ist halt Italiener, ne? Aber du musst weitermachen. Ich flehe dich an, jetzt nicht zu geben, aufzugeben. Dann geben wir mal nicht auf, ne? Achso, das kann ich drehen. Das kann ich auch drehen. Das kann ich auch drehen. Das kann ich aber nicht drehen. Okay. Dann war das eben doch schon richtig, oder nicht? damit kann man nichts sehen. Ah, damit kann man wieder was sehen. An den denke ich immer nicht. Ah! Cool. Das kennt ja auch jeder, ne? Das ist richtig. Ist das der goldene Gral? Äh, der heiligen Gral? Der ist aber noch festgemacht. wie löse ich den dann? Ah, okay. Wir müssen da ran. und dann müssen die da auch dran, ne? Ach, dann kann ich es einfach abziehen. Ah, schön. ich war's nicht. Achso, war schon mal vorsorglich, falls was passiert. Ähm, okay. Danke. das, äh, äh, Da war wohl noch jemand. Oh, wo ist es? Oh, Spannung pur. Also, ganz normal, dass du jetzt da bist. Ja, das ist deine Spannung. Ich bin in Meister Neonardos Garten. Er ist sehr vorsichtig. Also, könnte dieser Ort voller Überraschung sein. Das glaube ich auch. Ich glaube fast, dass das meiste, was ich machen kann, hier vorne ist. Gucken wir doch mal. Hier oben ist doch schon mal was. Da wird wieder irgendwas rein müssen. Da ist auch was. Metallwerkzeug. Oh, nicht an der Seite. Das sieht ja auch interessant aus. Metallwerkzeug. Ein bisschen aus wie so eine Fallspitze. Was ist das? Ein Sensengriff. Oh. Jetzt haben wir einen fertigen Griff. Okay. Ist hier oben noch was? Ah, da könnte man eventuell nicht? Vielleicht. Hä? Hätte jetzt fast gesagt, ich hätte das da irgendwie mit lockern können, aber kann ich anscheinend noch nicht. Moment, haben wir hier. Da fehlt ein Stück. Da fehlt ein Stück. Da unten nicht. Da unten ist auch was. Okay. Da steht was. Mors. Mors? Mors. Okay. Warum steht da Mors? Und was ist das hier eigentlich? Ach, das kann ich drehen. Ich gehe mal davon aus, da gehört der Griff rein. ist das so ein Holzschaft. Cool. Okay. Ja, das kriege ich da natürlich. Okay. Mal hier oben auch noch was? Nee, ne? Dann haben wir hier den noch. Da kann ich den reindrehen, da habe ich nicht. Den? Ich hätte jetzt gedacht, ich kann den da reindrehen, weil der ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bei dem irgendwas übersehen? Nein. Da irgendwas übersehen? Nein. Dann habe ich bestimmt hier hinten noch irgendwo was. Oder hier. Wir müssen ja beide Gegenstände auch benutzen zwischendurch. Da oben. Nee. Auch nicht. Und hier hinten kann ich auch nirgends wohin. Ich kann nur da vorne nahe drin. Was haben wir hier unten? Ah. Faltbarer Handgriff. Klar. Oder? Irgendwo war das. Ich bin ja immer so. Irgendwas fehlt mir. Dreh dich. Dreh dich. Oh. Ein Schlüssel. Ein seltsamer Schlüssel. Ist aber nicht für hier oben, oder? Oder ist der für hier oben? Nee. Ah. Okay. Dann ist der Dopf wieder oben. Das ist der Nenner mit drehbarem Buchstaben. Ja. Mors hat er da geschrieben, ne? Komm, dreh dich mal richtig rum. Komm. Muss man sich da vielleicht erst unten einsetzen? Komm. Mors. Geht aus. Guck. Das. Das. Das Totemannskopf. Okay. Dann haben wir hier einen Hebel.